Hast du geglaubt, dieser kleine Streit könnte uns auseinander bringen? Du bist nicht nur die schönste Frau, die ich kenne, du bist auch das Beste, was mir hier passieren könnte. Hm, hm, nur wenn ich einen Kurs kriege! Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Diese Aufnahme wird meiner Schwester wohl das Genick brechen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man, das wird ja immer krasser mit dir! Koko, es tut mir leid. Weißt du, du bist aus Lars' Zimmer gekommen. Halbnackt. Und hast du gedacht, ich hab was mit Lars? Ja, schon. Sag mal, warum interessiert dich das eigentlich? Bist du etwa eifersüchtig? Eifersüchtig? Quatsch! Wie kommst du darauf? Nein, ich... Du holst hier halt deinen Spaß, wo du ihn kriegen kannst. Aber es... Ich hab damit überhaupt kein Problem, Koko. Ich bin auch genauso drauf. Ist das denn ernst? Ja, ich weiß doch, wie du drauf bist. Ja dann, haben wir noch Sektar? Hm. Im Kühlschrank. Willst du feiern? Ja. Wird Felix ein bisschen Spaß haben. Du verstehst? Na, alles senkrecht? Sehst du aus? Vater, bitte sei doch nicht so stur. Ich bin nur konsequent. Ansgar hat seinen Fehler längst eingesehen. Das ändert nichts an meiner Entscheidung, Carla. Ist dir eigentlich klar, worauf sich dein Bruder da eingelassen hat? Geldwäsche ist ein Straftatbestand. Welche Konsequenzen das für den Ruf unserer Holding hat, brauche ich dir nicht weiter zu erläutern. Das weiß ich doch. Aber Ansgar ist da halt irgendwie reingerutscht. Ansgar hatte als Chef der Lahnsteinbank die Chance, sich als mein Nachfolger zu profilieren. Aber er hat versagt. Als Manager und als Mensch. Weißt du, dass du mich gerade unglaublich an eure Mutter erinnerst? Francesca konnte es auch nicht ertragen, wenn in der Familie gestritten wurde. Und sie hat nicht eher Ruhe gegeben, bis wieder alle versöhnt an einem Tisch saßen. Könntest du es dir dann vielleicht doch nochmal überlegen? Carla, du weißt, was mir am wichtigsten ist. Aufrichtigkeit. Ehrlichkeit. Vertrauen. An Scott hat mein Vertrauen missbraucht, und das ist unverzeihlich. Oh. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du hier bist. Du störst nicht. Ah, das wird eine Hochzeitsüberraschung für Carla und Bernd. Ja, ich soll die Hochzeitsrede gegenlesen, sie soll hier irgendwo liegen. Ja, die liegt da drüben auf dem Schreibtisch. Leonard? Ja? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt auf hilfloses Weibchen machen und mir mit dem Hammer auf den Daumen hauen. Das wäre wohl eher unpassend. Wer mit Blumen arbeitet, sollte einen grünen Daumen haben und keinen blauen. Hm. Sehr witzig. Dann hilf mir doch einfach so. Ich hoffe, das Fest wird morgen ein voller Erfolg für dich. Das wird es. Verlass dich drauf. Griffin Lahnstein, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie gespannt ich auf Ihr Hochzeitskleid bin. Ja, das dürfen Sie auch sein. Unser Schneider hat sich diesmal selbst übertroffen. Ich bin sicher, Ihre Hochzeit wird ein sehr außergewöhnliches Ereignis. Gute Nacht. Gute Nacht. Tja, mit Vater ist nicht zu reden. Das habe ich mir schon fast gedacht. Danke, dass du dich trotzdem für mich eingesetzt hast. Tja, viel gebracht hat sie leider nicht. Ich werde mich wohl damit abfinden müssen, dass ich als Nachfolger nicht in Frage komme. Ehrlich gesagt kann ich dir auch keine großen Hoffnungen machen, dass er sich wieder beruhigt. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß, wie sehr dir die Holding am Herzen liegt. Aber wie konntest du dich nur auf so einen Deal einlassen? Ja, weil ich den Bau des Kongresszentrums unbedingt durchziehen wollte. Ich weiß es nicht. Ich habe mir wohl was vorgemacht. Ja. Manchmal lässt man sich wirklich auf komische Sachen ein. Du meinst, wie du auf deine Hochzeit? Wenn ich Bernd jetzt heirate, dann wird meine Lebenslüge höchst offiziell. Ich habe verstanden, dass es im Moment die richtige Entscheidung ist. Aber ich bin wirklich so froh, wenn der Tag morgen vorbei ist. Carla. Ich möchte, dass du eins weißt. Egal was ist. Ich bin für dich da. Danke. Willst du noch was trinken? Als du vorhin reingekommen bist, da warst du irgendwie lustiger drauf. Mir läuft zur Zeit eben ziemlich viel Dich einander. Also wenn es jetzt nur wegen der Show ist, dass du mit der Flasche zu mir gekommen bist. Wir können auch gerne nur quatschen oder so. Ich meine, wenn man so oft gelingt wurde wie du, dann will man sich halt rächen. Schon klar. Du meinst... Ja, wir können ja auch einfach nur rumsitzen und gar nichts tun. Ich meine, die anderen glauben eh, dass wir eine Affäre haben. Von daher... Felix, findest du auch, dass ich mit den Typen nur spiele? Mit welcher Antwort habe ich eine Chance? Die Frage war ernst gemein. Mir ist doch egal, was ich glaube. Viel wichtiger, als was ich weiß. Und eins weiß ich genau. Dass ich dich sehr gern hab. Ich will den beiden einfach was Persönliches schenken. So eine Hochzeit kann ja gar nicht romantisch genug sein. Die beiden schwören sich ewige Liebe und Treue. Anfangs dachte ich, sie passen gar nicht zusammen. Aber Carla scheint Bernd ja wirklich zu lieben. Und Bernd hat alles getan, um sich in die Familie zu integrieren. Aus Liebe zu Carla. Ach, verdammt! Hast du dir wehgetan? Ja, es geht schon. Muss man denn eigentlich immer gleich heiraten, wenn man glaubt, die große Liebe gefunden zu haben? Wenn man weiß, dass man füreinander bestimmt ist? Auch einen? Danke. Kann ja nicht jeden Abend trinken. Hätte ich gesagt, ich fürchte, meine Schwester macht heute Nacht keine Auke zu. Beinbach lebenslänglich, das ist die Höchststrafe. Da könnte ich auch nicht schlafen. Das meine ich gar nicht. Sie macht sich Vorwürfe, weil mein Vater mir nicht verzeiht. Deine Eltern haben bei Carlas Erziehung wirklich alles falsch gemacht. Carla bekommt das Lahnstein-Imperium auf einem Silbertablett serviert. Und was macht sie? Sie lehnt ab zu deinen Gunsten. Entschuldige mal bitte, wie kann man so selbstlos sein? Das ist... gestört. Ehrlich gesagt, ich finde es... rührend. Immerhin sichert mir mein naives Schwesterchen auf die hat mein Comeback. Sie ahnt gar nicht, was für eine Überraschung du vorbereitet hast, oder? An ihre Hochzeit wird sich meine Schwester noch lange erinnern. Schön, wenn auch mal andere unvergessliche Tage haben. Also, ich habe ja auch nichts gegen die Ehe, aber zu glauben, dass ein paar Ringe und ein Eheversprechen die große Liebe sichern, ist für mich selbst Betrug. Es zwingt dich ja niemand zu heiraten, wenn du nicht willst. Ja, ich weiß. Wie viel von den Dingern hier soll ich eigentlich noch aufziehen? Ähm, das reicht, danke. Im Übrigen gehen wir nicht viel ehrlicher miteinander um. Das ist ja wohl was ganz anderes. Wieso? Du erzählst doch die ganze Zeit davon, dass man zu seinen Gefühlen stehen soll. Was willst du mir jetzt unterstellen? Dass ich Johannes nicht liebe? Also, das beantwortest du dir am besten selbst. Niko hat so'n Hals. Das ist ja aber ausgerechnet neben Vanessa, hinter der Brautherd hat drin. Was für uns überlegen. Prost! Prost! Sag mal, Andi, ist noch Rhabarbersaft da? Keine Ahnung. Hm, lecker! Zwei Tiramisu. Perfekt. Hey, du spielst mit deinem Leben, die sind von Lars. Der wollte mir doch nie einen Wunsch abschlagen. Sag mal, Andi, was siehst du eigentlich am liebsten danach? Naja, viel Spaß noch euch beiden. Also, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Was, keine Kritik? Nicht ganz. Ich vermisse das Schlusszitat. Aha. Was hältst du von? Nicht durch Worte, sondern durch Handlungen zeigt sich die wahre Treue und die wahre Liebe. Ja, sehr passend. Hast du eigentlich was von Konstantin gehört? Leider nur das Übliche. Carlotta hat ihm verboten zu kommen. Hat sie sich diesmal wenigstens eine neue Begründung einfallen lassen? Nein. Für Carlotta beginnt gleich hinter den Alpengrönland. Das kann man dem Kleinen natürlich nicht zumuten. Der Kleine, der ist 16. Leonard, Italienerinnen können sehr nachtragend sein. Na, vielleicht kommt er zu deiner Hochzeit. Na, ich will hoffen, er kommt früher. Wieso? Na, bis ich heirate, muss ich ja wohl erst mal die richtige Frau gefunden haben. Ach, Leonard! Guten Morgen! Guten Morgen! Hallo. Du, ich habe ein Zitat für die Hochzeitsrede gefunden. Entschuldigung, aber ich muss sofort los. Ich will noch das Herz in die Kirche bringen. Das ist so schön! Komm doch mit! Oh, ich glaube, Carla braucht mich jetzt. Ach so, kein Problem. Sag mal, kannst du Cecile nicht begleiten? Äh... klar. Ja, ich... geh mich dann mal umziehen. Bis später, tschüss. Bis später. Carla, bist du fertig? Ja, gleich. Du bist doch immer noch im Bademantel. Keine Angst, ich mache schon keinen Rückzieher. Ja, so habe ich das doch nicht gemeint. Das ist... ich bin halt ziemlich nervös. Die vielen Gäste und der ganze Rummel. Hoffentlich geht alles glatt. Was soll denn schieflaufen? Außer uns weiß doch niemand, warum wir wirklich heil retten. Hm, trotzdem, willst du dich nicht endlich mal fertig machen? Ja, und wo ist Vanessa? Wann kann sich meine Maus mal angewöhnen, pünktlich zu sein? Ich ruf sie an. Jetzt frühstücke doch erstmal in Ruhe. Ich kriege doch keinen Bissen runter. 100 Euro, damit du mich deinen Job allein erledigen lässt. 200, damit du deine Klappe hältst. Vanessa, jetzt reiß dich zusammen. Wenigstens heute. Dein Vater heiratet doch nicht jeden Tag. Mit dir kann man sich wenigstens gut streiten. Ja, aber sag's kein weiter. Wollen wir gleich irgendwo rausfahren? Nur wer zwei? Vielleicht danach noch im Wald spazieren gehen? Ja, warum nicht? Weil ich noch keine 80 bin. Morgen. Morgen. Ich habe noch eine viel bessere Idee. Ich muss gleich noch im Kurvehaus ein paar Platten abholen. Und danach machen wir da weiter, wo wir vorhin aufgehört haben. Hört sich gut an. Graf Lahnstein? Ja? Hätten Sie bitte einen Moment? Der neue Butler wollte sich noch bei Ihnen persönlich vorstellen. Graf Lahnstein, Victor Cornelsen Sehr erfreut. Und herzlich willkommen. Victor, im Moment passt es leider überhaupt nicht. Aber das Wichtigste haben wir ja telefonisch besprochen. Können Sie nicht Victor in die Details einweihen? Natürlich Graf Lahnstein. Ja schon. Herr Graf, noch etwas ganz Dringendes. Das wurde soeben von einem Kurier für Sie abgegeben. Kein Absender. Ich hasse das. Hat der Kurier gesagt, von wem es kommt? Nein. Aber er bestand darauf, dass Ihnen die Sendung sofort übergeben wird. Ja, danke. Das kann doch nicht so schwer sein, dein Kleid anzuziehen. Wir sind doch gleich fertig. Darf ich reinkommen? Nein! Dad, vielleicht fährst du ja schon mal zur Kirche. Ja, genau. Und nehmen Sie Ihre Tochter mit. Die ist hier überflüssig. Nico. Wisst ihr was? Ich fahr tatsächlich! Das ist ja nicht auszuhalten mit euch beiden! Ja, das sieht irgendwie cool aus. Ja, sehr cool. Aber irgendwie fehlt noch was. Was soll denn noch fehlen? Das Strumpfband. Was soll sie denn mit einem Strumpfband? Also, du hast ja gar keine Ahnung von Adelshochzeiten. Ach, aber du! Carla, willst du ein Strumpfband anziehen oder nicht? Bitte? Siehst du, sie hat keinen Bock? Ich vermisse sie so unendlich. Alles erinnert mich so an Hannah. Hier haben wir die schönsten Nächte verbracht. Wie soll ich nur ohne Hannah weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens Hey! Felix, willst du in dem Aufzug auf die Hochzeit deines Onkels, ne? Leider, leider habe ich Besseres zu tun. Coco müsste bald hier sein. Bingo. Danke dir. So, Jungs, jetzt könnt ihr eure Nettigkeiten ohne mich austauschen. Viel Spaß! War's gut? Ach, ich muss dann ja auch nochmal los. Och, das macht mich aber traurig, Felix. In die Drogerie? Kondome kaufen. Oder kann ich deine haben, bevor die bei dir Schimmel ansetzen? Halt die Klappe, Felix. Eigentlich ist es mir egal, warum sich Coco für mich entschieden hat. Halt's mal, Felix. Ach, halt's wegen dir ist. Vielen Dank. Halt's mal. 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 Ach, ich hab's ja heute abgebrochen. Tja. Wie soll ich nur ohne Hanna weiterleben? Sie war die große Liebe meines Lebens ... ... ... ... Vater, schaust du mal? Gefällt es dir? Was ist denn? Sitzt der Schleier nicht richtig? Ich habe extra noch mal auf dem Hochzeitsfoto nachgeschaut, wie Mutter ihn getragen hat Ist alles in Ordnung? Nein, ganz und gar nicht Siehst du, du läufst schon wieder vor deinen Gefühlen weg Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Na, zum Beispiel zu dem stehen, was du fühlst oder ehrlich zu dir selbst sein, anstatt dich um Carlas und Bärns Gefühle zu kümmern Valentin, was machst du noch hier? Weißt du eigentlich, was du da von mir verlangst? Ja, allerdings Leonard Wir stehen hier in der Kirche an der Stelle, an der ich deinem Vater das Ja-Wort gegeben habe Soll ich deswegen genauso unehrlich sein wie du? Gräfin Landstein Graf Landstein Sie sind früh dran Guten Morgen Ja, wir wollten hier nur ein Geschenk... Im Gegenteil, ich bin eigentlich viel zu spät Nein, 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 nein Diesmal geht es nicht... ... um Ansgar Sondern? Gibt es irgendwelche Probleme? Ich habe gerade noch mal mit Frau Keppler gesprochen und sie hat gesagt, dass alles wie geplant läuft Carla Deine Verlobung mit Bernd kam für uns alle sehr überraschend Ich weiß Es ging alles ein bisschen schnell Aber ich bereue diesen Schritt nicht Du weißt Welches Versprechen ihr euch gleich vor dem Altar geben werdet? Ja Auf was willst du hinaus? Ich... Nun, ich... Ich will nur sicher sein, dass du die... ... Ehe mit Bernd wirklich willst Natürlich! Ich liebe ihn Und ich freue mich darauf, dass er in wenigen Stunden mein Mann sein wird Ich habe... Ich habe dich immer für einen charakterstarken und aufrichtigen Menschen gehalten Aber anscheinend habe ich mich da gründlich geirrt Vater, was soll das? Ich weiß alles Und so geht es weiter Was ist denn, wenn dein Vater das Überraschungsvideo noch gar nicht gesehen hat? Er hat... Verlass dich drauf Na, dann kann die Hochzeit ja noch richtig lustig werden Vielleicht sollten wir das Thema wechseln Wahrscheinlich wollte er sie nicht mehr Dann nehmen wir sie Fürbidden Und I'll go straight to your heart.